Wer bin ich? Was? Ich geh in mein Weg, wie Cristiano Ronaldo Ich schieße ein Tor, da mach ich ein Salto Mich hält keiner fest, ich bin Lionel Messi Ich trink keine Cola, nein ich trinke nur Pepsi Ich chill' mein Ass und mache mein Ding Am Ende des Tages bin ich dann der King Ich chill' mein Ass und mache mein Ding Am Ende des Tages bin ich dann der King Ich sehe die Blicke, es können nicht viele Doch interessiere mich nur für die Siege Mein Feind, das Verlieren, mein Freund der Erfolg Ich kämpfe zum Ende mit Ehre und Stolz Ja, mit Ehre und Stolz Ich kämpfe mit Ehre und Stolz Ich gewinne jedes Kopfballduell Wie DJ Dropper Ich zerstöre den Depp Mein Name ist Pogba Wenn ich komm, bist du fällig Ich trickse wie Neymar Ich mache dich fertig Ich bin JJ Okocha Dein Ball kommt nicht durch Ich spiele mit Feuer Ich kenn keine Furcht Manuel Neuer Ich bin viel zu schnell An mich kommst du nicht ran Ich renne, renne, renne Nenn mich Aubameyang Aubameyang Nenn mich Aubameyang Ich renne Nenn mich Aubameyang Ich bleibe für immer erreichbar Auch ohne Empfang Trainiere, um besser zu werden Monate lang Die Hater, die warten nur alle Auf meinen Untergang Ich komm aber immer zurück Wie ein Wumarang Ey 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 Ja Ey 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 Ja Okay 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 Ja Ich chille meine Ass und mache mein Ding Am Ende des Tages bin ich dann der King So meine Freunde das war es jetzt mit der FIFA Version von dem Lied King Ich hoffe das hat euch gefallen ich hoffe es Das Ding ist ich bin einer der größten FIFA Fans die es gibt Einer der größten und da das Lied King voll gut dazu gepasst hat Ja habe ich diese Version gemacht die Szenen habe ich mit meinem Bruder Lenny zusammen erstellt Und andere habe ich aus dem Internet runtergeladen Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung Ja Lenny du weißt Bescheid Bruder danke dass du Zeit hattest du weißt Bescheid Und noch was ich hoffe EA Sports sieht dieses Video EA Sports wenn ihr das seht denkt an mich Komm denkt an mich das Ding ist ich habe keine Konsole Ich habe kein FIFA ich zock immer nur bei Freunden Und trotzdem liebe ich dieses Spiel ich liebe dieses Spiel Deswegen EA Sports wenn ihr das Video seht kommt schon kommt schon denkt an mich Mach eh 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 bist du eh bist du mich halt auf jeden Fall Leute nächste Woche kommen wieder normale Sketches Comedy Dies und Das Danke dass ihr eingeschaltet habt Peace und bis nächstes Mal